Bei einem Militärmanöver der iranischen Marine sind durch versehentlichen Eigenbeschuss mindestens 19 Matrosen ums Leben gekommen. 15 weitere Soldaten seien verletzt worden, so die iranische Armee. Die Zahl der Toten könne noch steigen, heißt es. Das Unglück geeignete sich zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Die iranische Korvette Jamaran feuerte eine Rakete ab, die dann irrtümlicherweise das Hilfsschiff Konawa traf. Laut der iranischen Nachrichtenagentur IRIB hatte das Hilfsschiff nicht den notwendigen Abstand eingehalten. Daher sei es von der Rakete getroffen worden. Die Untersuchungen laufen derzeit im Anschluss, sollen dann weitere Einzelheiten bekannt gegeben werden.